hallo und willkommen zu folge nr 7 aus meinem kleinen singleplayer projekt heute allerdings ohne gameplay denn es gibt also zwei drei sachen die ich gerne mal ansprechen möchte das erste ist erstmal vielen dank für eure kommentare unter den videos und zur erklärung was denn den kredit angeht ja es ist dann wirklich leider im ls so dass die zinsen wirklich nur für den kredit bezahlt werden aber der kredit sich dadurch nicht schmälert hier würde ich mir gerne ein zweites kredit modell nämlich das was man standardmäßig so eigentlich kennt wünschen von giants und zwar dass man mit den zinsen auch gleich eine gewisse ratenzahlung hat um den kredit auch zu verringern das wäre auf jeden fall ich glaube deutlich realistischer als ein kredit zu haben und ja dann bezahlt man nur zinsen dafür und der kredit wird halt einfach nicht kleiner dann was mir auch noch aufgefallen ist und wenn man dann gleich noch mal ins spiel kurz rein wechseln auf dem bauernhof steht tatsächlich ein windrad und wenn ihr den bauernhof kauft gehört euch das windrad nicht obwohl es auf dem gelände vom bauernhof steht ja heißt mal abgesehen von den rinder stellen mit ihren solar panels die ja kein einkommen generiert haben was ich korrigiert habe habe ich mir dann ja auch die placebils xml aus dem savecam vorgenommen habe dieses windrand gefunden habe mir das dann auch noch gut geschrieben ja und dementsprechend habe ich auch ein paar einnahmen jetzt generiert und das möchte ich euch jetzt einmal nämlich zeigen ich bin bereits einen tag weiter ja wir haben 8 uhr 1 ich habe bis 8 uhr geschlafen und wenn ich mir jetzt meine zahlen so angucke dann sieht man einnahmengebäude habe ich jetzt tatsächlich 20 116 am letzten in game tag nachdem ich dann endlich mal die solar panels vom rinder stall aktiviert habe dann generiert aber wie man sieht ich habe auch mal eben 16 948 euro an betriebskosten also ja ich bin mal gespannt was am heutigen in game tag dann hier rauskommt wir sind jetzt bei 8 uhr wir haben 16.000 euro generiert also jetzt haben wir die einnahmen quasi gegenüber den kosten schon mal gedeckelt soweit und alles andere was dann quasi danach kommt also ab 17.000 euro entspricht dann ja endlich mal einen gewinn den ich damit auch fabriziere gucken wir sonst noch irgendwas schon am heutigen in dem tag nicht noch nicht ja kreditzinsen jeden tag 666 euro ich glaube ich werde noch so bis 300.000 ungefähr hochgehen und wenn ich dann noch nicht weiß was ich mir kaufen soll ich glaube da werde ich den kredit einfach abbezahlen mein 666 euro die zahl des teufels ist jetzt nicht wirklich viel aber ja ich möchte den kredit gerne loswerden und wirklich schuldenfrei dann auch durchstarten können und bei bedarf dann jedenfalls mal kredit aufnehmen um dann noch eine größere maschine leisten zu können das wäre auf jeden fall so ein plan ja und wie man schon hört also ich plane auf jeden fall das projekt weiter zu machen also ich habe ja jetzt als schön eine woche urlaub gehabt und habe mir ein paar gedanken gemacht denn ich finde es eher suboptimal wenn ein mapper weder mit konstruktiver kritik noch mit verbesserungsvorschlägen umgehen kann und dann auch noch der meinung ist er müsste auf meinem kanal hier irgendwelche beleidigungen raushauen ich weiß nicht warum man sowas macht ich meine es kann doch jedem modder und mapper eigentlich nur hilfreich sein wenn er meldungen bekommt wenn irgendwo was falsch ist wenn irgendwas nicht funktioniert oder es sachen gibt die verbesserungswürdig sind ja was der mapper oder der modder dann daraus macht ist ja seine sache aber wenn man sowas nicht annehmen kann oder nicht annehmen möchte oder will aus welchem grund auch immer muss man weder beleidigen noch sonst irgendwie ganz komisch reagieren ja wenn man das nicht machen will sagt man einfach habe ich keinen bock zu ich mache da nichts mehr und dann ist gut ja dann weiß man wenigstens wo man dran ist ja warum wieso weshalb keine ahnung es ist auf jeden fall etwas seltsam von daher werde ich gucken dass ich wenn mir jetzt nichts weiter auffällt so in den nächsten ein zwei wochen dass ich mal alle dateien die ich verändert habe packe dann irgendwo hochlade wahrscheinlich auch verbinden mods und auch bei mir auf der homepage mit verlinke und dann könnt ihr euch die runterladen es ist kein mod klau denn ihr braucht immer noch die originalen mods das heißt ihr müsst euch immer noch die map runterladen ihr müsst euch immer noch die drei zusätzlich benötigten mods runterladen und dann einfach bekommt ihr von mir dateien die er quasi in den mods austauschen müsst ja damit dann alles so funktioniert und das betrifft zum einen natürlich die rezepte für die tiere die habe ich etwas angepasst das betrifft natürlich die solar panels hier oben auf dem dach dann werde ich euch noch mitgeben wo ihr in der placeables da umstellen müsst dass euch dieses windrad war definitiv auf dem bauernhof steht also er steht hier eindeutig noch auf dem gelände gehört alles hier noch mit zum bauernhof auch wenn ich auf der karte gucke ja ich bin hier immer noch auf meinem gelände und damit müsste mir das eigentlich gehören ja wir das dementsprechend umgeschrieben bekommt dass ihr das dann dass euch das dann auch gehört und für euch einnahmen generiert und dann habe ich ja das braune silo ist für alles was nicht geerntet wird und das unterirdische lager habe ich umgestellt dass da alles rein kommt was geerntet wird flüssigkeiten müsst euch selber lager hinstellen weil ich habe flüssigkeiten hier rausgenommen einem holz silo machen flüssigkeiten glaube ich nicht so wirklich sinn also reines schüttgut was habe ich noch verbessert ja das war eigentlich soweit mehr habe ich an der stelle eigentlich gar nicht verbessert aber sind halt doch ein paar dateien die man austauschen muss dieser wird noch ein zwei wochen ungefähr dauern bis ich euch das zur verfügung stellen kann aber ja vielleicht tut sich in der zeit ja noch mal vielleicht vielleicht geschehen ja noch mal ein paar wunder und der mapper denkt vielleicht noch mal darüber nach wie er sich so die letzten wochen verhalten hat und vielleicht kommt da ja doch noch was ich würde mir auf jeden fall wünschen denn es ist immer noch eine sehr schöne map weil sie eben nicht flach ist weil sie hügelig ist sie stellt einige herausforderungen an die geräte der hof ist schön designt man kann auch diverse sachen die einem wegschirm wie zum beispiel dieser container hier ja wenn man hier eine durchfalle draus machen man kann es verkaufen das ist alles wunderbar ja aber halt diese fehlerchen wäre schön wenn die noch rauskommen ansonsten ja noch mal es ist kein mod cloud denn ihr müsst immer noch die original sachen runterladen und dann in diesen mods dementsprechend ein paar dateien aussort ihr werdet euch auch eine anleitung dazu machen wo ihr wie was machen müsst ja und dann schauen wir mal wenn man glaube ich hoffentlich alle spaß dann auf der map haben und ja in diesem sinne mal gucken wann die nächste folge kommt ja der job ruft in diesem sinne schönen tag noch bis zum nächsten mal